gut das heißt wir haben damit die zweite mission hier abgeschlossen was wir auch hier oben ganz gut sehen können clash of empires und seons of chaos haben wir abgeschlossen ich würde sagen ich war mir mal das fortwärts auf x will weil ich kurz den überblick gelesen habe und das hier soll die einfachste towards quest sein hier die schwierigste ist glaube ich wirklich urban renew will deswegen fortwärts mei liege a most disturbing development it seems that x mill a mad archmage has cast a blanket of fear over the northern reaches x mill controls an imposing mystic fortress that moves under its own power appearing and disappearing from place to place each time the fortress appears it disgorges a great host of hostile creatures x mill has now turned his eye upon your newly acquired holdings we must find some way to halt his reign of terror before your subjects become demoralized by his elusive rage otherwise we may be forced to retreat from these hard fought lands ja secret destroy x mills fortwärts ähm ranger guilde und marktplatz dass wir nämlich schnell die palast abbreiten können so das ist jetzt erst mal am wichtigsten und dieses mal hätte ich gerne ein agrella tempel und ein dorvis tempel ja was ist das hier hinten ach sorceress abode darauf ziehen wir gerade ab vorwärts gilt vorwärts gilt und natürlich auf die zwerge haben sie abgesehen und natürlich auf die zwerge haben sie abgesehen so ist es jetzt noch ein ranger local blacksmith offers new services und dann unsere palast abgesehen weil noch scheinen wir ruhe zu haben wir haben sogar schon visitors ach die kaufen healing potions ein creature denn so wir haben zwei tax collectors so jetzt hätte ich gerne gleich ein dorvis tempel dann da müsste ich etwas sprachen oh gott ist das goblin lager dann nah das könnte übel werden ich bin lustig aber wahrscheinlich müssen die normalen stadt machen erst sterben oder werden erst nach der weile ausgetauscht auf jeden fall muss ich jetzt erst mal so der wolf ist weg das ist gut wie gesagt die komplettes könnten gerade ein problemchen werden und ich muss jetzt warten bis ich den dorvis tempel du hast gegen den wolf verlor du warst level 3 meine güte wie gesagt eigentlich sollten meine wachen ist einigermaßen mit ein paar goblins oder so aufnehmen können solange nicht die ganze horte kommt ok dorvis tempel kann gebaut werden in der name of the sovereign tax collector i serve with pleasure in the name of the sovereign tax collector market day wir müssen nämlich jetzt erstmal den ranger ersetzen und dann müssen wir gucken dass wir paladine ausbilden sobald wir mal paladine haben wird es ein bisschen einfacher für uns also erst machen wir paladine und mönche und ja eigentlich müsste ich den noch ausbilden äh auch upgraden aber dafür bräuchte ich auch noch mehr geld So, das sind wir Oh je Was ist das? Demon Wood Fortress of X-Mill ist aufgetaucht Ja, wir haben jetzt gleich für unseren ersten Paladin genug Was auch Zeit wird, weil wir jetzt gleich ein bisschen gewandt werden, so wie es aussieht Ja, wir müssen wirklich erstmal gucken, dass wir das Goblin Camp loswerden Und anfangen, ähm, Quietscher-Dance loszuwerden Wo ist unser Paladin? Ah, da drüben Ich glaube, ich konzentriere mich jetzt, da wir einen Paladin als Schutz haben Der eigentlich als recht guter Schutz helfen sollte Und auch Geld reinbringt, weil er gleich seine Waffen verbessert, beziehungsweise sie Paladine sind ja weiblich Defense Spells kann uncollable to fade To harm undead around them requires Temple of Dormus and Verveer skin in order to include Ja So, Protection Ring Dass wir den Backplatz auf Wachs kriegen Ein ruinierter Altar Sovran, your marketplace now serves you better Tax Collector Tax Collector Mehr Gold, your majesty Ja, meine Oh Ich hoffe, die ist Die weiß, was sie da tut Ja, man sieht's ganz gut hier Ihre Amore ist um einiges besser als die von den Discord-Varrioren Dafür ist aber ihr Angriff nicht ganz so gut Und ja, dadurch, dass sie immer ihren Schutzzauber spricht, ihr Shield of Light, ist sie sogar noch besser Darin nicht zu sterben Als Dormus-Warrior Tax Collector Und sie levelt dadurch, dass sie den Tower da jetzt zerkloppt, ziemlich gut Achoo Weih, wir haben ja einen Haufen Geld gemacht, merke ich gerade Ich hätte mit dem Market Demis zum Ausbau warten sollen Tax Collector Ich hoffe aber, dass sie sich bald zurückziehen wird, weil mit dem bisschen HP, die sie noch hat, ist sie nicht ganz so gut Das sind nämlich noch mehr Goblin-Gebäude, noch Watchtower und alles Ja gut, der zieht sich zurück, da kommen Goblins Ich kann noch ein Paladin ausbilden gleich mal Ja, gegen die paar Goblins ist sie auch Ziemlich gut gewappnet Und sie verbessert ihre Waffen weiter Das ist gut Wie gesagt, durch die Paladin sind wir jetzt am Anfang gerade ziemlich sicher So lange nix Wow, was ist der Ice Cave? Spawns monsters including yeethen Ice Dragon Okay Nicht gut Nicht so gut Ah Das ist nicht gut, dass das Sua Intents direkt neben meinem Marktplatz erschienen ist So, sobald wir den letzten Paladin haben, werde ich einen Okay Agriela Tempel noch bauen Und uns mal ein paar Heiler Raun holen Da hat wieder jemand gegen einen Mark verloren Okay, da kommt der nächste Wait, was sind das? Shadow Beasts und zwar eine ganze Menge und Hüpfer Oh Energy Oh, your majesty Tax collector Praise Doros Praise Doros The name of the sovereign Tax collector The unholy on you Okay, die Shadow Beasts sind bis jetzt nicht so das Problem fragile I i i i i i i i i